Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Sie zeigt ein bisschen Ausschnitt und bekommt ne 1. Ich zeig ein bisschen Hoden und bekomme ne Schulverweis. Da sagte einer gerade, das Handy kostet so viel wie 4 Reifen. Einfach alles in Reifen umrechnen. Das macht das Leben einfacher. Zitat von Dumbledore. Bring den Ring so schnell wie möglich nach Narnia, sonst werden die Sith die Enterprise erobern, Katniss. Ich habe geheiratet und den Namen meiner Frau angenommen. Oh cool, und wie heißt du denn jetzt? Melanie. Oma kauft sich ein Bikini. Sie kommt aus der Umkletterkabine raus und sagt, das Oberteil brauche ich gar nicht. Ich bekomme alles in die Hose. Kennt ihr das auch, wenn ihr an etwas denkt und gerade redet und dann das sagt, woran ihr gerade Brüste? Sex ist wie Quantenphysik. Ich habe mal davon gehört. Habe ich zugenommen? Nein, du hast nur dein Spektrum erweitert. Ich sehe mir gerade einen neuen Film mit Johnny Depp an. Keine Ahnung, wie der in mein Haus gekommen ist. Was ist ihr nächstes berufliches Ziel? Freitag. 98% der Mädchen haben nach ihrem ersten Tittenfink die Nase voll. Ich glaube, mein Fitnesstrainer ist schwul. Warum? Er schließt die Augen, wenn ich ihn küsse. Schau mal Mama, der Adventskranz brennt. Das heißt, der Adventskranz leuchtet. Schau mal Mama, jetzt leuchtet schon der Vorhang. Sie zwinkerte mich an und sagte, meine Socken passen zu meinem Slip. Sie hatte nicht mal welche an, diese blöde Kuh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Winter behinderte heilen kann. Seit hier Schnee liegt, habe ich noch keine Leute im Rollstuhl gesehen. Bist du behindert? Körperlich oder so wie du? Ah, du spielst Fußball. Welche Position denn? Pfosten? Altes afrikanisches Sprichwort. Ich habe Hunger. Wie nennt man einen Schwarzen mit Zauberstab? Simsalabimbo. Frauen sind wie Eichhörnchen. Aus der Ferne sind sie alle niedlich, aber sie kämpfen wie verrückt, wenn man versucht, sie in den Kofferraum einzusperren. Ich wollte Kamikaze-Pilot werden, aber die Lehrgänge waren doch zu schlicht. Dem Lehrer fehlte eindeutig die Erfahrung. Was für eine Sorte Schokolade ist das? Meine. Schön, dass Samuel Koch bei Wetten, dass nochmal auf einen Sprung vorbeikam. Osama Bin Laden hat Verwandte in Deutschland. Die Tante Emma Laden. Gerade mit einem Semmel und einer Bratwurst in der Hand an einem Obdachlosen vorbeigegangen, der ein Schild in der Hand hatte, wo drauf stand, ich habe Hunger. Mann, auf einmal hat es mir richtig gut geschmeckt. Wie heißt der kleinste Flughafen der Welt? Ground Zero. Egal wie hit du bist. Adolf war Hitler. Heute im Netz eine Pflanze gekauft. Eben kam eine Mail, ihre Bestellung ist eingegangen. Voll ärgerlich, direkt eine neue bestellt. Irgendein Idiot bestellte die ganze Zeit immer eine Pflanze. Ob Maria sich damals auch gefragt hat, wieso im Stall Stroh liegt? Gedanke des Tages. Krokodile liegen im Gehen. Du bist nicht doof, du bist nur sparsam behirnt. Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, das beim Näherkommen rot wird. Fehlender Wortschatz ist dein größtes Mango. Einfach mal jemanden anrufen und sagen, ich habe jetzt keine Zeit zum Reden und auflegen. Meine Freunde arbeiten an einem Doktortitel. Ich ziehe den Pullover falscher Raum an und schicke mit dem Kopf in der Kapuze fest. Vielleicht ist der Tag nach dem 31. Dezember ja gar nicht der 1. Januar, sondern manuell Neujahr. Yeah, bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.